Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Ultimate. Tschau. Die Viren. Das ist kein gutes Zeichen. Wir müssen gegen Viren kämpfen. Da hilft nur einer. Und den habe ich noch nicht einmal. Doch hier. Tor Mario. Ja. Ich muss ganz mal wissen, was für Leute ich habe im Team. Die ich schon befreit habe. Nichts wie beim letzten Mal, wo ich Lucario suchte und ich nicht fand. Nehmt die Medizin, ihr Viren. Wantz! Ich hatte sie mit dir. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wer hat mich nicht mehr verfolgt? nein die viren haben gewonnen doch dr. mario in revanche ah Hä? Techniken. Geht so was Neues? Okay. Ich habe mich schon gewundert, dass der Cape, also dass der Umhang von unten nach oben ging, nur. Und nicht schon wieder! Mario, du kannst nicht springen! Als ein Doktor hat der einfach einen kleineren Sprung. Nicht so einen hohen Sprung. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem. So. Einer der Viren ist vorbei. Nehmt die Medizin, ihr Viren! Auch für dich zählt das. Eine Giftresistenz. Und hier haben wir einen neuen Gleiter. Rikki! Okay. Na toll, ich habe jetzt die Point-Allergie. Aha. Aha. Ich habe gerade mich mit dem Gegner verwechselt. So, weg mit euch. Ich sagte, weg mit euch. Wollte ich gerade schon sagen, wenn du jetzt nicht weg bist, kriegst du ein Schwert. Geh in den Kopf. Na, neues Dojo. Einmal schön mal Hallo sagen und ciao. Ich brauche was mit drei. Na toll. Warum so viel davon? Wenn ich das habe, freut euch das doch nicht mehr. Filtern. Empfohlenes. Filtern. Empfohlenes. Empfohlenes. Warum habe ich zweimal sehen? Ich frage mich mal hier wirklich, was ich hier mache. Dann kommt noch Muppsi mit eben. Und wenn das Gift mir Schaden macht, gibt es Ärger. Ja. Ein Drachen kriegt sie noch dabei. Ja. Ich frage mich mal hier. Ja. 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 fluoresbaat. Ja. 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 Das ist eigentlich nur ein Wettkampf-Gig mit Bomben. Hier traf ich mal weg. Autsch. Wollte ich gerade sagen schnell weg bevor die andere noch zündet. Und wir haben halt leeren Juwelen bekommen, das ist schon mal eine gute Ausbeute. Entschuldigung. Warum nicht? Können wir ein anderes Kostüm bitte tragen? Spiels halt nicht. Ich hätte eigentlich einen anderen Kampfer nehmen sollen. Egal. Was ist das für ein... Was hat das denn drauf? Jo. Wer den Charakter gut spielen kann, der ist unschlagbar. Ey, das war mein Stück Fleisch. So, schön mit einer Rückmassage. Das war irgendwie merkwürdig. Nein, eine Rückmassage bringt keine Leute aus einer Stage raus. Und auch nicht gefährlich. Nur für Leute, die extrem verspannt sind. Ja, mal sehen die Karte. Wir haben da oben noch etwas zu tun. Da unten haben wir noch einen Charakter. Da oben haben wir noch einen Charakter. Noch nicht gemacht. Sonst noch ein paar Charaktere. Äh? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Ich versuche gerade den Weg irgendwo hin zu finden. Und schaffe es nicht. Endlich. Na toll. Eine Armee von kleinen Pits. Apropos Pit. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Wieso es das Kostüm nur gibt? Keine Ahnung. Frag dich nicht. Dann den rosa eben. Wenn es kein Rot gibt, dann gibt es rosa. Und wenn es irgendwo blau gibt, kommt Blau dran. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich kann die Stage nicht leiden. Meine Güte. Ich muss einfach nur einmal zwei treffen und einmal... Ey! So, da hab ich zwei getroffen. Ich kann seine Ultra Smash nicht mehr leiden. Seit Palotena dabei ist, ist wirklich die... Aber der Smash ist einfach nur schrecklich. Die Odyssee! Hab ich die nicht schon? Bereit? Los! So, weg mit dir. Ja. Und wir haben... Ich bin sicher, wir haben schon eine Odyssey. Das haben wir jetzt schon wieder doppelt. Einiges, ich weiß. Man kriegt ja alle Geister einmal hier und kann sie sich immer wieder nachholen auf der Geistertafel. Ein Hoho ist dafür verantwortlich. Ich war hier schon. Ach, Snacks. Die nutze ich doch kaum. Ja. Sieht ja gar nicht irgendwie gefährlich aus, oder? Schwierig. Die Schwertkämpfer! Die Schwertkämpfer! Die Schwertkämpfer! Die Schwertkämpfer! Das ist, ich meine... Aus, ich wette sie eigentlich. Ja. Ich kann diese Stage nicht leiden. Und das wird jetzt ein langer, schwerer Kampf. Sorge, mein Schutz steht noch, hey, das ist alles in Ordnung. Nicht in die Richtung, du. Egal. Und jetzt bleibt... Wollt ihr mich gerade veralbern? Was geschafft, wenn die nicht sich aus meiner Tacke rausgeholt hätten, was nicht gedurft hätte. Bereit? Los! Niederlage fortsetzen! Zum Protokoll! Die haben mich aus der Stage gezogen. Bereit? Los! Niederlage fortsetzen! Entweder kann man nicht die Leute rauskollabortieren an der Stage. Oder die Stage lässt einen nicht mehr zurückkommen. Wenn man mal irgendwie ein bisschen zurückgekommen ist. Bereit? Los! Kannst du mal eigentlich die Attacke machen, die ich hier sage? Niederlage fortsetzen! Und auf diesen nichtsnutzigen Wolken draufbleiben! Und auf diesen nichtsnutzigen Wolken draufbleiben! Bereit? Los! So... 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 Wie gesagt... Das war's für heute. Niederlage, fortsetzen. Bereit, los. Können diese drei Damen mal aufhören, mich zu tranchieren? Bereit, los. Los. Geht einmal von der Stage runter, das ist meine hier. Wenn ich jetzt Rettungsattacke mache, sollst du auch dich retten und nicht denken, oh, ich bleibe lieber in der Wolke stecken und fahre lieber runter. Bereit, los. Ah, und die haben wieder irgendwas genommen. So. So, erstmal die zwei da weg Die sind immer noch da Betrug Betrug, Betrug Und noch fünfmal Betrug Und noch fünfmal Betrug So, und jetzt Lasst mich in Ruhe, ihr Frauen Immer schön nett bleiben Jetzt bist du mal oben geblieben, du Nitzkönner Ich sagte, oben bleiben, du Nitzkönner Und ihr zwei Haut auch mal schön ab So, endlich geschafft, du Diese Frauen Immer schön nett bleiben Das war's vom Heiligenfahrt Lasst ein Abo da, falls ihr euch gezahlt habt Und man sieht sich im nächsten Part Und vergisst nicht beim Livestream, den ich vor kurzem hatte, bitte Macht dort eine Idee, wie ich den Mi-Schützen gestalten soll Danke Ihr seid die Besten Colors weave into a spire of flame Distant sparks call to a past still unnamed Bear this torch against the cold of the night Search your soul and reawaken the undying light Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.